Ruhe Ja, wollen wir mal mit dem Odin langsam hier zurückkommen zur Basis Da können wir ihn dann nämlich auch reparieren Odin wollen wir mal auf Auf 1 legen Ich kann ihre Positionen nicht mehr bestimmen Ich konnte allerdings auf das UNN Netzwerk zugreifen Wir müssen lange genug Truppen in der Nähe eines Sendeturms halten, um unsere Nachricht auszustrahlen Damit unsere Übertragung den gesamten Raum der Liga erreichen kann, werden wir jeden Sendeturm lange genug kontrollieren müssen, um die Daten hochzuladen Jeder Einheitentyp kann die Kontrolle aufrechterhalten Du kannst drauf wetten, dass Mengsk da auch noch ein Wörtchen mitreden will. Gehen wir Jo, kein Problem Wo ist der Odin, das ist viel wichtiger Achso, gut, der steht jetzt schon in der Basis Reparieren Unsere Basis ist aufgebaut und einsatzbereit Ich übertrage die Kontrolle jetzt an Sie, Sir Wollen wir direkt erstmal ein Tor bauen Oh, jetzt habe ich nicht genug Mineraden Die neuen Maschinen kommen Diese Tore sind kleiner als der Odin, aber sie lassen sich besser steuern und haben immer noch ordentlich Wumms Viel Spaß damit Jetzt hast du mal wieder sehr schön den Bekommenswort Der große hier gehört mir Oh Ich bin bereit Jetzt hat er schon wieder Angst, dass er ihn verliert In der unterliegt Zack Und meine Ahnung Noch eine Kaserne Ich würde aber sagen, sobald dann der Tor jetzt repariert ist Wollen wir gleich mal voran? Die Einheiten nehmen wir auch mit Ich stirb Ja, verfehle ich dich in den Bunker, der so gut wie kaputt war Einfach übes draufballern Ja, da hat ein WBF schon mal so richtig viel zu tun Ich komme wieder Es ist vorbei, Idioten Kaputt Kaputt So, einmal da reinballern mit dem DECO Oh nein Ja, ich habe hinten noch nichts als Verteidigung, das ist blöd Odin, du ballast hier noch ein bisschen rum Jetzt verzieht euch Nein, na doch Ich kann den Odin auch ein bisschen zurückziehen Ich lasse dich auf Terminiert Ganz viele Einheiten Zwei Bunker dahin Zwei Bunker dahin Noch mehr Einheiten Äh, nicht genug in der Reihen Auf auf und voran Mit dem Tor Mit dem Odin Mit dem Odin Mit dem Odin Verbleibende Abklingzeit noch so lange Abmarsch bereit Gib mir was zu tun So Noch 14 Sekunden So So Hier noch zwei rein Der eine da rein Mal sehen Mal sehen, was dieses Regen so drauf hat Mal weiter vorrücken Ich komme wieder Dieser mächtige Stahlgigant steht als Zeugnis für die Genialität und Entschlossenheit unserer Liga Ingenieure und Wissenschaftler Lassen wir es krachen Mein Gott Ne, der kann labern Das ist unglaublich Ich hätte gerne mal Einen Raumhafen Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat Stürb 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 Benjis sind jetzt so ein bisschen scheiße Oh, 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 der erste Tor ist fast dauernd Nein, ich hab der erste Tor ist fast dauernd Das ist teuer Schick mich zurück in den Kampf Es ist mit einer heißen Befall Kann ich es behalten Das wird weiterrücken So Ein Space Marine muss man in den Muka Die anderen Die anderen Nimm mit weiter vorrücken Ich würde gerne erst den Raumhafen hier zerstören Auf diese Viecher habe ich nämlich keine Lust Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat So Zack Und direkt Noch ein Raumhafen Hoffentlich ist das Ding versichert Nein, das Ding ist doch nicht versichert Wofür auch Oh, der mit Hm, ich riecht mich schon auf Ich riecht mich jetzt Ich riecht mich schon auf die Und dann ist der Hurt Du hast die Inspirale Alpha, angreifen! Haltet sie auf! Tor, Tor. Ich bin den Wispi-Gas. Noch eins davon. Depots gibt's nicht. Stirb. Stirb. Es ist mir nach Hause gefeucht. .... Tja. Erste Übertragung hochgeladen? Selbst Mengsk wird sich aus dieser Nummer nicht mehr rauswinden können. Empfange Übertragung. Ohh... hier k uniqust du drauf? Nein, wie kommst du denn da drauf? Dieses eine Mal geht es tatsächlich nur um dich, Arcturus. Ich hoffe, du genießt die Show. Ich wusste es. Waffel, schicken sie ihre Männer da runter. Ich will Rainers Kopf, verstanden? Seinen und die seiner Terroristenfreunde. Ups, direkt sehen wir wieder Terroristen. So, was produzieren wir denn noch? Ich wollte gerne ein paar Siege-Tanks als Verteidigung hinten stehen haben. Nicht genügendes Pingas, ach komm ey. Ragnar Rock'n'Roll. Ich lasse es krachen. Die Zerk plätscheln wie Käfer. Heftig. Menschliche Beharrlichkeit und Genialität haben sich vereint, um die endgültige Antwort auf die Bedrohung durch die Zerk zu schweben. Ja. Genau. Vielen Dank.